Zückt eure Kalender und schreibt es euch rein. 27.10. ist Demotag. Save the Day. Helft uns dabei auf die Probleme von psychisch erkrankten Eltern und deren Kinder aufmerksam zu machen. Sonst wird sich hier nichts ändern. Also kommt vorbei zum Theodor-Heuss-Platz und helft uns dabei auf diese Probleme aufmerksam zu machen.